Viele Teiche werden nicht so, wie sie geplant wurden, weil fast immer die eigene Erfahrung fehlt, um alles richtig machen zu können. Die Teichbaufirma Naturagat hat in den Mühren einen Park gebaut, in dem vom kleinen Mini-Teich bis zum riesigen Unterwasserpark fast alle Variationen zu sehen sind. In jedem Jahr berät und beliefert Naturagat über 2000 Teichbauprojekte, viele davon sind Schwimmteiche. Wie man so etwas besonders einfach baut, ist das Thema von Teichbauseminaren, die in Theorie und Praxis alles schildern, was man wissen muss. Der Park ist dafür ideal. Es gibt nicht nur die Teiche, sondern auch das größte Kaltwasser-Aquarium Deutschlands. In großen, regensicheren Gewächshäusern wird genau erklärt, mit allem kann man sich vorher vertraut machen. Wer einen Tag investiert, kann bei dem eigenen Teichbau hinterher viel Zeit und Geld sparen. Wer mit Naturagat seinen Teich baut, kann die Teilnahmegebühr verrechnen.